Musik Bereits seit 40 Jahren sorgen die Orchester des Musikvereins Norderstedt für musikalische Hörerlebnisse in Norderstedt. Kein Wunder, dass die Stimmung bei der Herbstgala zum 40-jährigen Jubiläum riesig war. Musik Viele Gäste sorgten für gute Stimmung und lauschten den rhythmischen Klängen der Fischhead Horns Big Band. Ja, 40 Jahre, die sind natürlich schnell vergangen und die Motivation ist immer da. Und wir sind sehr engagiert gewesen und sind es bis heute sehr engagiert. Und ja, es ist ein wunderschönes Hobby, Musik zu machen. Also für mich bedeutet das Erinnerung und zwar Spaß und Freude an der Musik. Und das freut mich besonders, weil der Musikverein ein ganz breit aufgestelltes, vielfältiges Angebot bietet. Musik Neben der musikalischen Darbietung wurde auch der geschichtliche Hintergrund präsentiert. Eine Ausstellungswand vom Symphonischen Blasorchester Norderstedt zeigte Bilder rund um die Geschichte des Vereins. Musik Und das freut mich besonders, vielfältiges Angebot bietet, vielfältiges Angebot bietet, vielfältiges Angebot bietet, vielfältiges Angebot bietet. Musik Und das freut mich besonders, vielfältiges Angebot bietet, vielfältiges Angebot bietet, vielfältiges Angebot bietet. Musik